und ein herzliches willkommen zu einem weiteren teil von super smash pass online und zwar mal ohne abonnenten ich habe zwar den kino angeschrieben wo ich wollte mit ihm mal online spielen aber bis deine antwort kommt können wir hier eigentlich von mir aus gern spielen ich werde mit ihm nicht mal ausmachen dass man eventuell also dass wir mal eventuell ohne voice gegeneinander antreten dass ich so nach dem motto so nach dem motto nach dem motto jetzt komme ich einfach nicht dazu weil ich sagen wollte ja man merkt schon nach dem motto dass ich mich gern konzentrieren möchte beim kämpfen und mal gucken ob ich den dadurch mal wieder bessere gegner werden so wir haben ein turnier wohl gefunden schauen wir mal wie gut bei uns hier behaupten können ach so das sind vier gegen vier oh mein gott das hatte ich auch noch nicht online schauen wir mal wie gut man es halten akala wetscher lukas 3 2 1 los Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt schon wieder? Ja toll, ich gehe natürlich gerade wieder hoch, wenn der seine Attacke aufgeladen hat. Ich würde sagen, das habe ich verloren. Alter, was ist das denn ständig? Was ist das denn, was war das denn, was war das denn? ach komm schon da hat er mich doch tatsächlich noch mit seinem scheiß dings gekriegt ok ich glaube das habe ich verloren ich glaube da bin ich sogar letzter ich weiß es nicht ob glaube ich niemand runter geschmissen tatsächlich benetzer ein guter start der komische eis man eigentlich will ich raus dann kämpfen hat eben doch eins gegen eins schauen wir mal mit der drei million punkte ok schauen wir mal wie gut wir uns behaupten können hier also gegen vier als drei andere ist natürlich ein bisschen chaos und die welt war ja auch richtig scheiße sag ich jetzt mal so aber da haben auch direkt schon jemand gefunden ein körper wieder sie es selbst wie Oh! Hey, ich war ja erster mit ergreifen. Hm. Nichts machen ist auch ne Option. Ich hüpfte direkt rein, ey. Hm. Hm. Sag mal, das hatten wir ja schon wieder für eine Internetverbindung. Oh, ist das schrecklich, ich hasse das. Oh! Oh! Nein! Mein Hals war zu lang. Nein! Na? Ah, was mach ich denn? Ah! 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 Gehe ich natürlich auch wieder direkt rein. Hey, ich hab Schild gedrückt! Oh! Oh Mann! Na gut, okay. Ich muss mich erstmal warm spielen. da ist er wieder abgehauen schade aber gut sein inter verbindung war ja auch ein bisschen schlecht ja da war schon den nächsten geht da mal schauen ob man da mehr chance haben ein inkling oracle ist oder so ja das wollte ich nicht ja voll die verkehrte richtung gestanden ja Wooh! Mist, mein Angriff ist einfach zu langsam. Och ja. Nein! 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 Ah! Och ja. Juhu! Sehr schön, dann haben wir zum Abschluss einmal gewonnen, das ist doch schön. Okay, dann, der Keno ist jetzt da, das heißt, wir sind sowieso bei 15 Minuten. Das war's, heute mal wieder ein Teil mal ohne Abonnenten. Oh, selten. Ja, und jetzt werde ich mich gleich mal konzentriert gegen Keno mal wenden. Wir sehen uns dann übermorgen wieder, oder so. Mal schauen. Schaltet ein, vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo, und dann sehen wir uns, wie gesagt, hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann, tschüss!